Liebe Freunde, heute aus dem Deutschen Bundestag. Der ukrainische Präsident Selensky ist zur Stunde im Bundestag, spricht dort. Aber das ist natürlich eine perverse Veranstaltung, das ist eine Zirkusveranstaltung. Es geht nur darum, deutsches Geld wieder locker zu machen. Man könnte ihn mal fragen, warum er nicht seine Millionen einsetzt. Und das Ganze ist völlig abgekatert, dieses Spiel. Wir Deutsche werden wieder ausgeplündert. Und insgesamt kostet uns der Spaß mittlerweile mit den Sanktionen auch 250 Milliarden Euro und mehr auch. Und insofern ist das hier eine Ausplünderungsveranstaltung. Und da sagen wir von der AfD nein, da gehen wir also nicht hin. Und wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Aber sicherlich auf der Ebene nichts Gutes.